troping sekulur prinzessin kathes strahlender auftritt nach sechs monaten hey leute willkommen zu unserem neuesten video heute ist es endlich soweit troping sekulur die traditionelle geburtstags parade des britischen monarchen läuft gerade auf hochtouren die ersten royals treffen bereits ein und alle augen sind auf prinzessin kate gerichtet nach sechs langen monaten zeigt sie sich endlich wieder in der öffentlichkeit und wie in einer geschlossenen kutsche zusammen mit ihren drei kindern strahlt geht in einem wunderschönen weißen kleid ihr breites lächeln zeigt dass sie diesen moment wirklich genießt prinz william ist nicht an ihrer seite sondern reitet separat auf einem pferd beim ausstieg aus der kutsche sieht geht nicht nur fit sondern auch entschlossen aus sie wird die parade zusammen mit den kids aus dem gebäude verfolgen schon vor beginn der parade gab es ein erstes foto dass sie auf dem weg zum event zeigte damals noch mit ernstem blick doch jetzt scheint die anspannung der dreifachen mama verflogen zu sein erst gestern hat kate überraschend ihre teilnahme an der parade angekündigt auf instagram schrieb sie ich freue mich sehr an der geburtstags parade des königs dieses wochenende mit meiner familie teilnehmen zu können und hoffe über den sommer ein paar öffentliche verpflichtungen wahrnehmen zu können ein sprecher des buckingham palace fügte hinzu dass könig charles 3 über die teilnahme seiner schwiegertochter hocherfreut sei lasst uns in die kommentare wissen was ihr von kathes auftritt haltet vergesst nicht den kanal zu abonnieren und die glocke zu aktivieren um keine news rund um die royals zu verpassen bis zum nächsten mal